Das ist eigentlich ganz schön hier mit dem Vogelgezwitscher. Weißt du, normalerweise, wenn man seinen Freunden was schenkt, dann ist das was Schönes. Ich habe das Gefühl, du magst nicht. Oh no. Wenn du mich anrufst und sagst, hol mich auf einem Dungel im Friedhof ab, sag ich, du kannst mich mal gerne haben. Peri nimmt das nicht persönlich, aber ich hasse dich. Hi. Willst du mit mir Karussell fahren? Willst du mit mir Karussell fahren? Willst du mit mir Karussell fahren? Wollt ihr mit mir Karussell fahren? Der will mit mir Karussell fahren. Oh, aber jetzt, hallo YouTube, wir spielen Silent Breath. Die Peri steht mir bei und ich darf nicht schreien. Ja, das freut dich, ne? Aber du hast gesagt, ich muss reden, oder? Ich glaube, ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, musst du reden oder mambeln. Wenn du lange genug in den Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Oh, Nietzsche. Ja, den mag ich aber nicht. Okay. Ich kann nicht springen. Das ist ein Scheißspiel. Darf ich jetzt schon nicht schreien? Ich kann nicht springen. Okay. Doch. Entschuldigung, Sie haben ein Pixel-Gesicht. Hallo? Ich kann rennen, okay. Ist das ein monströser Hammer? Das ist ein normal großer Hammer, würde ich sagen. Entschuldigung, Sie sind alle sehr unhöflich. Und sehr pinkslich. Warum bin ich ein Detektiv, weil ich hier reinlatschen darf? Ich glaube, ja. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt nicht mehr schreien darf. What the heck? Sollen wir das mal testen? Nein. Das hat sich nicht mal aufgenommen. Aber mein Mikrofon ist ausgewählt. Müsste das nicht unten angezeigt werden? Ja, aber ich glaube, es hat dich gerade rausgefiltert, weil du zu laut warst. La. La. Ich mache mal höher. Jetzt hast du so, wenn du normal sprichst, dann schreist du auch schon. Ich würde es ja nochmal testen. La. Ah, 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 ah. Blablablablabla. Also, mir geht es gut hier. Die ganzen Leichen hier. Ich stelle es wieder rüber. Ich weiß nicht. La, la, la. La. Hallo? Oh, ah. Ah. So, okay. Jetzt erleben wir vielleicht, wie es dazu gekommen ist. Sieht aus wie, als wäre hier eine Sekte gewesen. Ja. Obwohl, da liegen noch mehr. Wo sind die Polizisten hin? Wie soll ich euch denn helfen? Wie soll ich euch denn helfen? Ja, Moment. Finde die vermissten Personen, bevor es zu spät ist, bitte sag mir nicht. Ich habe ein Zeitraum. Hey, ich wollte doch, ich wollte auch auf verbissten Plakate gucken. Richtig, kann ich dich bitte mitnehmen? Nein, aber ich glaube, du solltest dich beeilen in die Richtung kommen, wo es verschrien hat. Aber ich habe keinen Timer. Ich weiß nicht, ob Mörder dir immer einen Timer geben. Na sicher. Bitte seien Sie pünktlich, ansonsten haben Sie den Mord verpasst. Ich weiß nicht, wieso, aber ich muss da an meinen Vater denken, der mir Tränengas mal gegeben hat. Also, für, wenn ich unterwegs bin. Und, also vor Jahren, noch beim Feiern und so. Und hat dann gesagt, aber nicht gegen den Wind sprühen. Da habe ich gesagt, Papa, wenn ich angegriffen werde, meinst du, ich kann dann sagen, Entschuldigung, warten Sie mal kurz. Ich muss einmal kurz den Finger in meinen Mund und gegen den Wind halten. Nee, das stelle ich mal da rüber. Aber was ist mit dem Mikrofon? Mikrofon! Mikrofon! Ist das richtig so? Ich quagel. Was? Oh, soll es leise sein. Das war es nicht du, oder? Das lautstärker. Oh, nein. Don't move. I want to breathe you in. Ich hätte gesagt, don't move. You can smell me survive against armless stone. Das gefällt mir nicht. Ich habe das Gefühl, du magst nicht. Ich habe keine Ahnung, wie es in der Ausnahme klingt. Ich muss mich vielleicht lauter machen. Und wie ich gesagt habe, mir ist es ein bisschen warm. So sein Ufo. Nee, es ist eine Lampe. Ich würde eher sagen, das ist eine Sekte. Das heißt, eine Lampe. Mit Raben braucht ihr mir nicht kommen. Die habe ich hier in echt auch. Auch Riesenspinnen? Manchmal. Nicht ganz so riesig, aber... Ich würde gerne haben, dressieren. Jetzt stell dir mal vor, du wärst jetzt ganz allein und im Dunkeln. Ich wäre da nie im Leben alleine. In welchem Szenario gelange ich alleine auf einen dunklen Friedhof? Erklär mir das. Wenn du mich anrufst und sagst, hol mich auf einem dunklen Friedhof ab. Sag, du kannst mich mal gerne haben. Abgesehen davon, dass ich acht Stunden brauchen würde. Es kommt näher, oder? Ich weiß es nicht. Peri nimmt das nicht persönlich. Aber ich hasse dich. Ich bin nicht da. Warte, ich muss meinen Jack aufmachen. Der geht nicht weg. Der geht immer nach. Es ist nichts passiert. Die Oma hat mich viel mehr gecatcht. Ich bräuchte so ein Pulsmesser. Das wäre fantastisch. Das kriegst du von mir zum Geburtstag. Pulsmesser, den du einbinden kannst im Bildschirm. Du hast noch 14 Tage dafür Zeit. Shopping! Ich möchte nicht zum Geburtstag. Hat Dennis auch gefragt, was wünschst du dir? Habe ich gesagt, Ruhe und Frieden. Nee, für deine Beerdigung ist es noch zu früh. Ich habe nicht gesagt, Ruhe und Frieden, sondern Ruhe und Frieden. Hallo. Ich glaube, die Kombi gibt es nur auf dem Friedhof. Achtung! Er sagt doch, Helm. Das soll doch die Vermissten finden. Aber was ist aus dem Nacktheitsfilterpixel geworden? Hallo? nicht auf mich ja bitte ich bin sehr froh dass ich das nicht spielen muss ich hab mich jetzt schon hundertmal verrissen ich bin halt gewohnt nicht laut meine emotionen zu zeigen sie haben sehr schöne zähne der hatte was mit der atmung der hat bestimmt erst mal er hätte ein spray nicht gefunden wenn das nicht ausgeht verliert die orientierung ist mir egal ich muss ja im wald die peri suchen die muss abgeholt werden ja kein peri wartet im spieleparadies ein x markiert die ohr den ort zu peri bist du es ich glaube du siehst ein bisschen anders aus als sonst ja das ist rüdiger der rüde rüdiger oder hängt jemand peri schläfst du warte ich peri du hast komische freunde du hast ihn nur erschreckt bist du müde ja oh du kannst auch züren öffnen ja moment ich hab Durst ne ist das keine Bodylotion das ist Creme ein bisschen eine Bodylotion was willst du dich wissen warum deine Sichtweite zufrieden auf eine Bodylotion mit einem Stuhl draußen ist ja ah du hast jemand vermisst ach ja gut ich muss so das Plakat sammeln also sag mir nicht dass das schlimmer wird je mehr ich einsammle I guess so kannst du den Hubsack öffnen nein ich würde gerne husten aber ich glaube dann fahre ich um oh peri nein das war ich nicht ich war schon beim Zahnarzt ach schon ich kann einfach nicht Geräusch zuordnen aus welcher Richtung sie kommen ne wenn nicht auf dem was you can't scare me experience 50 scares in a single run hmm ah wieso wieso sei vorsichtig und ich auch das könnte projecten beimvey contribution wenn ich auf mich nach dem ice Aber war das jetzt einfach so, oder weil ich doch zu laut war? Weiß ich nicht. Also lange genug in der... Ja, okay. Ich laufe jetzt schon weg. So, könnt mich mal. Ich gucke mir jetzt schon an, was hier so... I'm in a hurry. Skip the opening scene. Oh. Okay. Okay, ein intelligentes Spiel. Was bist du? Eine Uhr. Eine Zapfsäure? Hä? Eine Uhrenzapfsäure. Da kannst du Zeit zapfen. Oh, bitte. Was war das? Hast du das gesehen? Was ist das? Aber da blinkt es immer noch. Fällt da Feuer runter? Da ist ein Auto rechts. Nein, ich laufe zum Feuer. Ich darf ja noch Krach machen. La 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 la. Da ist die Zeitzapf-Tankstelle. Das ist die Zeitstelle. Das sind Funken. Funkenflug. 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 I need gas. Explore the gas station. Okay. Oh, kann ich mich hier unter Strom setzen? Nee. Da ist irgendwas. Peri, hast du abgenommen? Ein bisschen. Am linken Ziel sieht man das? Ja, der ist abgefallen. Gleich geht es bestimmt wieder los und wird dunkel. Ich glaube, es wäre der Hardcore-Modus, wenn ich dich auf die Mikrofonspur lege. Dass ich verliere, sobald du schreist. Dann hast du von vornherein verloren. Ja, ich glaube auch. Ich frage mich, wie oft ich wieder von vorne anfangen müsste. Bis ich lerne, nicht zu schreien. Weißt du, für so ein Spiel ist das von Vorteil. Aber ich lache zum Beispiel auch nicht laut. Ich wurde im Kino mal bei einem sehr lustigen Film gefragt. Gefällt dir das nicht? Doch. Du lachst ja gar nicht. Ich lache leise. Ja. Ja. Ich durfte als Kind nicht laut sein. Sonst habe ich Ärger gekriegt. Es hat sich so eingebrannt. Ich wusste, sobald ich mich erschreckt habe, wurde das, was mich erschreckt hat, immer weggenommen. Ich wurde in Watte eingepackt. Ja, das Schlimmste, was ich sehen durfte, war Glücksbärchis. Ja, und selbst davon habe ich alte Träume gekriegt. Glücksbärchis? Ja, von Dr. Kaltherz. Ich habe gar nicht gehört, was er gesagt hat. Und was gibt es so alles dran? Immer noch nicht wüsste. Okay. 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 Not your friend survived against Big Sister. Ich habe Exister nicht gesehen. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Ich habe mich verlaufen. Ich weiß nicht weiter. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht. Weiter. Oh, eine Minischeune. Die ist ja süß. Guck mal, das hätte ich gern. Da könnte ich Bilder drin malen. Hallo? Was? Habe ich gestört? Das ist bestimmt auch so. Echt? Was? Was? Nein. Ich kriege euch. Das war Hugo von nebenan. Ich habe die Orientierung verloren. Das Dschungeltier. Ich komme ja schon. Okay. Ist das die gleiche Scheune? Ja. Ja. Dann dreh dich mal um und lauf in die andere Richtung. Wohin? Hier? Ja. Okay. Da ist der Clown schon wieder. Mit Asthma. dieser Baum kam mir bekannt vor. Ich gehe mit dir. Ich gehe mit dir. Wohin du willst. Nichts du? Auch bis ans Ende. Dieser Maid. Ich glaube das hier. Oh. Ja, okay. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Weißt du schon wieder dieses komische Wildschwein? Das war Schweinchen, Baby. Ich habe das Gefühl, ich laufe den Rand der Web ab. Aua. 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 Volk gewesen. Ach so. Ja, ich hab... Also kannst du die Treppe hochgehen? Ich mach's natürlich wieder raus. Da ist eine Treppe nach oben. Ja, ja, ja. Wollte nur gucken. Ob da vielleicht irgendwas... Ja, da ist eine Treppe, aber... Du bist zu dick. Ich bin zu fetter. Zu viel Donuts. Ich hab mir jetzt eine Fitness-App runtergeladen. Die ist für Faule. Sie stand mal unter Lazy Fitness. Aber jetzt heißt sie anders. Die hat mich ganz viele komische Sachen gefragt. Ob ich lieber Sport auf der Yogamatte machen möchte. Save me. Oder auf Couch und Bett. Da hab ich natürlich Couch und Bett angeklickt. Ja. Da sollte ich gestern... Gestern hab ich das gemacht. Sollte ich meinen ersten Tag anfangen, aber ich hab's nicht gemacht. Aber ich mach's heute. Dafür hab ich gestern Sit-Ups gemacht. Ist ja auch gesund. Ja. Nach Zweien streik ich. Ich mach für jedes Bein ein. Ich hab schon wieder die Orientierung verloren. Wo ich herkomme, wo ich hier muss. Hey, da ist das Klohäuschen, wo du dich das letzte Mal versteckt hast. Oder? Nein. Wurifamiljari. Eine Familiengeruft. Ja. Noch eine. Aber in der hast du dich versteckt. Wieso kann ich die anixen? Wieso hat die ein Ix? Wieso hast du... Oh. Also, eine Vermisste ist im Klo. Warum ist es eigentlich noch nicht... Links. Was? Links? Links. Das war da echt... Da kann man was... Aber... Na feini. Attention. Evacuate the force before sunrise. Be quiet. Oh, ne. Hier jemand? Und da in der Nähe war dieses komische Gerüst und da war jemand drin. Jetzt musst du nur das Gerüst wieder finden. Was ist das? Ne. Ah. Vielleicht liegen die auch immer woanders. Das kann auch sein. Oh. Ist mir egal. Soll er das? Schon wieder Sonntag? Kommt nie in Erinnerung. Tippi, tippi, tipp, tipp, tipp. Sunday. Ist jemand? Explore's in Church. Ja. Ja. Oma, bist du es? Okay. Oh lol, das hat jetzt nie die Weih bekommen. Wer? Der Schädel. Don't move. I want to see you closely. Wo war sie denn? Außen. Ja, dann guck mich mal durch die Wand an. Einer noch. Komm, das schaffst du, Flausch. Was ist denn hier los? Bei der Kirche sollte es eher ruhig zugehen. Ja, 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 ja. Alter, das hab ich. Ahhhh. Okay. Ich hab doch je Lichter gesehen. Oder war er das? Nein, nein, nein. Ich weiß nicht weiter. Ich weiß nicht wo ich bin. Ich weiß nicht wo wir sind. Hi friend. Oh no. I watch a play hide and seek. You hide. I seek. Okay, renn. Hin, renn. Wait, 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 wait. 7. 8. 5. 4. 3. 2. 1. Hier ist nichts zum verstecken. Komm lass mich daheim, lass mich daheim, lass mich daheim, lass mich daheim, lass mich daheim. Lass mich daheim. 3. 3. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 1. 2. 1. Ich bin den. Oh no. Komm schon, es fehlt dir nur noch einer. Der ist neu. Ja, ist jetzt mal gut. Ah! Ah! Pfff! Eieieieieiei. Muss doch auch was sein. Weißt du, langsam habe ich mich daran gewöhnt. Go Flauschi! Go Flauschi! Yeah! Muss doch irgendwo mal was sein. So eine Karte wäre jetzt gut, ne? Habe ich eine Karte vielleicht? Nein. Heher. Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Ich habe keine Zeit. Einfach erst mal klauen. Ich habe keine Zeit für ohne angekündigten Besuch. War ich hier schon in diesem Run? Okay, das war knapp. Ich laufe jetzt trotzdem wieder zur Zivilisation. Was war das? Ich habe nicht hingeguckt. Ein Hottü. Was ist denn mit dem hier? Theoretisch, wenn ich jetzt da wieder gerade rauslaufe, komme ich doch zur Tatort-Hütte. Ja, und da gegenüber war die Gas Station. Stimmt. Und da war eine an ihm im Außen. Ja, ist aber gut jetzt hier. Ja, vor Hunden habe ich keine Angst. Wir schlafen die Hände ein, das ist viel schlimmer. Ich habe keinen Sinn für gerade gehen. Und ich kaufe immer irgendwie schief, auch wenn ich denke, ich gehe gerade. Oh nein. Willst du mich verarschen? Willst du mich verschenken? Ach, Manu. Oh, ich muss meine Hände schütteln. Oh, du wurdest ermordet. Es schäme ich jetzt. Ich weiß, dass ich hier den Rücken zu kehren. Aber ich habe mich doch zwischen mich herumgedreht, Manu. Aber diesmal war im Hellen, habe ich viel mehr gefunden. Also irgendwie schon mal zwei oder drei, bevor es dann dunkel wurde. Ja. Ich versuche das jetzt nochmal. Ein letztes Mal, bevor du zur Küche musst. Ach ja, oh scheiße. Ich habe die Küche schon wieder vergessen. So, hier war der Traktor. Wenn denn die überhaupt jetzt schon wieder so gehen, ne? Ja, ja, ja. Aber wenn die so liegen, wissen wir auch, es gibt mehr als fünf. Nee, diesmal liegt da keiner. Scheiße, das war so gut. Hallo. Da. Hier liegen ja auch, es lagen ja nie zwei an einem Ort, oder? So direkt nebeneinander. Aber sehr nah beieinander. Erst ist die eine da draußen, dann der nächste in so einem Hütchen direkt daneben. Ist eigentlich ganz schön hier mit dem Vogelgezwitscher. Also ich würde ja noch nicht mal im Hellen alleine in einen Wald gehen. wenn ich keine Orientierung habe und nachher wirklich im Dunkeln da drin wäre. Aber ich würde niemals im Dunkeln, auch nicht zu zweit, im dunklen Wald gehen. Also jetzt nach den Spinnen vorhin, ne? Mich fängt es irgendwie an zu kribbeln. Und da ist das so. Oder wie wäre es da drin? Okay. Wie ist das? wenn sie jetzt auf dem friedhof lag kann ich doch eigentlich direkt daraus war das noch mal gegenüber vom friedhof ist die hütte jetzt kann ja gar nicht sein gegenüber vom friedhof irgendwo dieses komische gerüst gleich geht es wieder los andere seite andere seite Alter, was war das? Wie unhöflich. Ist das die Gas Station? Du musst jetzt einfach stehen bleiben, weil ich nicht weiß, ob das diese blöde Sister wieder ist. Nee, du bist das. Oh, das war's für dich. Der hat mich einfach rumgedreht. Was soll denn das? Hä? Warte, mein Rechner meldet sich gerade, er wäre zu heiß, aber wie kann denn das bitte sein? Many unbearable hours later. Ist das lauter geworden? Warum stehen die denn jetzt alle hier vor mir? Haben die hier auf mich gewartet? Ich glaube ja. Aua. Oh nein. Oh nein. Aua. 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 Achso, das war gar nicht direkt rechts. Dann habe ich jetzt zu Gas Station. Ich höre dir, Tipan. Oh no, I'm sorry. Da wollte ich rein, da hätte die Alte mich nicht gefunden. Guck mal, da steht Kaka. Kaka 2, Kaka 3. So, da ist auch eine Alte. Jetzt gehe ich schnell wieder raus. So, ich gehe wieder zurück. Den habe ich gar nicht gesehen. Jetzt ist er hier drin. Noch ein Auto. So, ich habe die Orientierung verloren. Mist. Oh, was ist das? Das hatten wir doch nicht. Nee. So viele Briefkästen. Da liegt einer, da liegt einer. Okay, den, warte. Warte. Was soll ich vor Sunrise? Evacuate mich oder die anderen? Was soll ich vor Sunrise? Okay. Can I see me to your shoulders? Tick me to your shoulder. What do you see? Die Temperatur ist sehr hoch. Was? Was ist mit euch? Ja, wie soll das denn funktionieren? 5, 4, 3, 2, 1. Das willst du jetzt? Nein, kannst du nicht. Ich bin übrigens irgendwie in dem Fenstermodus gewechselt. Da stand nicht, du bist gestorben. Lass mich. Diese, ich will mit dir verstecken spielen, Alter, gib mir um den Sack. Ich weiß nicht, ob zuerst die Gas Station eine gute Idee ist, weil die doch ein bisschen weiter weg liegt. Jetzt ist hier keiner drin. Gut. Kaka 2 und 3. Oh, ach. So, und ich gehe wieder. Ich wäre aber auch in echt so. Wenn ich durch den Wald laufe und denke, ich laufe geradeaus, ich wäre irgendwo ganz schief schräg und hinterher wieder am Anfang wahrscheinlich. Ist das meine Anfangshütte? Ja. Jetzt gehe ich mal von hier aus. Links. Ja, wieso konnte ich das denn aufmachen, wenn ihr keiner drin ist? So, Lenders. Kann ich hier mitfahren? Nee. Jetzt runter. Hier komme ich doch bestimmt später gar nicht mehr wieder hoch. Was ist das? Das sieht aus wie eine Achterbahn. Ist das einfach ge... Oh, guck mal. What the fuck? Oh, ich will das im Hellen sehen. Das ist Nachthärbahn. Ich will das im Hellen sehen. Oh, no. Attention. Evacuate the horrors of the force. Aua. What a carnival explore the amusement park. Evacuate the horrors of the force sunrise. What the fuck? Ich möchte damit aber fahren. Das ist so gruselig, ne? Amüsenspark finde ich nicht amüsst. Hätte ich auch Angst, aber weniger als im Wald. Und ... Ach's, ah, was? Hello, oh oh. Hi. Willst du mit mehr Karussell fahren? Okay. Hi. Willst du mit mehr Karussell fahren? Okay. Hallo! Oh, das ist ein so'n Starker, ne? Ich sorg' dich zurück! Willst du mit mir Karussell fahren? Willst du mit mir Karussell fahren? Willst du mit mir Karussell fahren? Was ist denn mit dem? Der will mit mir Karussell fahren! Willst du mit mir Karussell fahren? Willst du mit mir Karussell fahren? Hinter dir! Ich komm' doch gar nicht hinterher! Was ist denn mit dem hier überhaupt? Wo muss ich den jetzt hin? Lass dich mal behandeln! Geh' ich halt wieder! Pfff! Okay! Pfff! Okay. Ja, 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 ja. Ich glaube, dir geht es nicht so gut. Ich glaube auch. Der schon wieder. Was willst du von mir? Arschkex. Geht es noch ein bisschen lauter vielleicht? Ich habe gegen den Stalker überlebt. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich bin einfach im Kreis gelaufen. Ich hoffe, ich bin jetzt da hinten dran. Da, 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 da. Warum ist meine Kamera mal mehr kaputt? Ich hab er gesagt, doch ich hap. Ich hab mich nicht loktisch bei dir. Das war wieder die Kombi aus beiden. So, jetzt ist aber Schluss. Ja, wir spielen kein Halt und Sieg mehr. Sehen wir jetzt am Ende. Vielleicht probieren wir es demnächst nochmal. Bis zum nächsten Mal.